Musik Hi Kathi, komm rein! Musik Hi Kathi, ich bin fertig mit dem Webmeeting. Ich habe mich brav von Deine berühmte Checkliste gehalten. Die kennen mittlerweile alle bei uns im Büro. Bemalst Du die Ausdrucke Deiner Mama, Benni? Wenn man von daheim arbeitet, finde ich am wichtigsten, dass man den Kontakt mit dem Team hält. Ja, und wenn einem irgendetwas komisch vorkommt, lieber über einen anderen Kommunikationsweg nochmal nachfragen.